Das war jetzt ein bisschen doppelbötig. Das hat jetzt nichts mit Netzpolitik zu tun, aber ist extrem wichtig. Wir haben am 12.10., das ist ein Samstag, also in einer Woche glaube ich schon, fast, haben wir eine Soliparty für das Habitat. Das ist ein solidarischer Verbund von Hausprojekten, selbstorganisierten Hausprojekten in Österreich und da gibt es am Samstag ein ganz tolles Fest in der Stadtwerkstatt und es wäre voll schön, wenn die Leute kommen würden, weil es ist jetzt fünf Jahre Habitat. Seitdem gibt es mittlerweile vier konkrete Projekte in Österreich und sieben Initiativen. Das würde ich da kurz ankündigen, das wäre voll super, wenn man das unterstützt. Da bin ich nämlich auch noch dabei und da wollte ich zu dem Thema vielleicht als Lightning-Talk, zum Mini-Lightning-Talk dazu. Es sitzen auch Leute bei uns da herinnen, die da Open-Source-mäßig in der Kommunikation voll viel weiterentwickelt haben, weil wir sind im Habitat zum Beispiel auch verbunden durch die Nextcloud, wo wir auch Discourse drinnen haben, also nicht Discourse, sondern Discourse als Plattform und eigens programmierte Datenbanken und so weiter. Also da gibt es auch noch eine wunderschöne Schatzkiste, die man öffnen kann in der Diskussion nachher. Ah genau, und falls wäre das Habitat und unser Hausprojekt Willi, vielleicht nicht kennt, ich habe ein paar Broschüren aufgelegt. Also da gibt es auch noch eine Wunderschöne Schatzkiste, die man öffnen kann, an der